Jupp, hi, wir haben Aurea Schatzkarte, Oakreeks 1. Sind natürlich schon hingeflatscht. Hier haben wir auch schon markiert. Ach so, halt, es war zu schnell. Das ist hier oben, in der Nähe von Andersburg, am Oakreeks 1, natürlich Oakreeks Schatzkarte. So, und auf geht's. Wir laufen in mein Suchgebiet. Und schauen erst mal so grob, ob... Oh! Das ist schon eine leichte Vibration. In die Richtung geht sie weg. Aber hier ist sie noch. Noch, dann gehen wir mal da lang. Oh, ich würde auch sagen, wird sie schon mehr. Ja, 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 ja. Das ging sehr schnell. Da hat nicht immer echt Glück gehabt. Da ist es schon. Klasse. So, gucken wir mal. Das ging so schnell, da geht es bestimmt weniger. Oh, und noch eine Auszeichnung. 50 Schätze mit einer Schatzkarte gefunden. Klasse. 0,91 und 110. Oh, das ist doch super. So, also hier, ne? Auf der Karte ist es... Hier war der Mittelpunkt. Hier an diesem Weg. Direkt neben dem Weg. So, gesehen. Okay. Super. Kurz und schmerzlos. Hier war es länger gedauert. Jetzt kürzer. Ciao. Hier war es länger gedauert. 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 Vielen Dank.